Ich freue mich, dass wir heute alle zusammengekommen sind, um uns noch mal zusammen zu schwören, weil die Ist-Situation ist schwierig. Nathalie hat es gesagt, deswegen kann ich zum Glück vorne kürzen, weil ich mal wieder völlig unerwartet viel zu lang bin, deswegen kann ich die Passage weglassen, aber ich möchte es nur noch mal von meiner Seite auch sagen. Ich bedanke mich wirklich bei euch allen, bei Verbänden, bei Vereinen, die im Moment aufstehen und für unsere Demokratie aufstehen und streiten. Es ist nicht leicht, ich erlebe das ja auch, wenn ich euch besuche, zu Heizungsveranstaltungen, die wir ja im Moment viel machen an vielen Stellen im Land und es ist wirklich nicht leicht, da immer den Rücken gerade zu machen, die kritischen Fragen, die ja zum Teil auch zurecht gestellt werden, auszuhalten, aber manchmal werden eben dann doch Grenzen überschritten. Und ich möchte mich bei euch allen bedanken, die ihr für uns Grüne, die ihr für unser gemeinsames Ziel für Räte zur Verfügung steht, auf Demonstrationen geht, aber auch die Freundinnen und Freunde in den Verbänden und Vereinen. Es ist nicht leicht, aber da hilft nur Rücken gerade zu machen, argumentieren und eben gemeinsam auch für unsere Ziele streiten. Und ich muss einräumen, wir haben nicht alles richtig gemacht. Das ist tatsächlich so und da müssen wir auch hinschauen, aber wer macht, macht eben auch mal Fehler. Und wir haben uns endlich auf den Weg gemacht, dieses Land, Deutschland, auch ein Stück weit aus der Starre der letzten Jahrzehnte zu befreien und die Krisen anzupacken, die ja eben da sind und uns vorzubereiten. Und wir haben tatsächlich viel erreicht und wir neigen ja dazu, immer dahin zu schauen, was nicht gelingt und uns im politischen Streit und in der Auseinandersetzung zu ergehen. Aber ich will einfach heute auch noch mal darauf hinschauen, was gut läuft, um uns auch noch mal Mut zu machen für die nächsten sieben Wochen. Und wir Grüne, wir haben eben einen klaren Kompass, was das Ziel unseres Tuns ist und dass wir nämlich auch in 50 Jahren noch gut auf diesem Planeten werden leben können. Und diese Frage schließt natürlich viele Politikfelder ein. Den Klima- und Umweltschutz, klar, da werde ich gleich was zu sagen, aber natürlich auch die Frage von Krieg und Frieden, aber eben auch die Frage von gesellschaftlichem Zusammenhang und Gerechtigkeit. Und weil wir eben einen klaren Kompass haben, setzen wir jeder aus seiner Ebene die Segel so, dass wir diesem Ziel ein bisschen näher kommen. Und deswegen möchte ich mich einfach auch mal bei euch bedanken für die gute Zusammenarbeit. Da ist zunächst mal Jutta, für die wir heute hier ja auch noch mal stehen und uns einschwören. Was würden wir ohne Jutta im Europaparlament machen? Ich auch ganz persönlich als Umweltministerin. Und deswegen Jutta, an dich auch noch mal danke für die tolle Zusammenarbeit. Ob das Themen sind wie Chemikalienstrategie oder die Wiederherstellung der Natur, wo wir uns die Bälle zugespielt haben die letzten Wochen oder auch bei geplanten Autobahnprojekten durch FFH-Gebiete, wo Jutta uns wirklich unterstützt, die Natur in Rheinland-Pfalz zu schützen. Und Tobias hat es gesagt, das Schönste, aber auch gleichzeitig das Anstrengendste, was man machen kann, ist grüne Kommunalpolitik. Und deswegen auch noch mal von dieser Stelle danke für die tolle Zusammenarbeit den vielen tollen grünen Beigeordneten, die wir mittlerweile in allen Kommunen fast haben, in den Städten zumindest, danke von Neuwied über Koblenz und Mainz bis Speyer, Landau, Neustadt, Kaiserslautern, aber natürlich auch die in den Landkreisen. Wir haben so tolle grüne Dezernentinnen und Dezernenten, die ganz tolle Projekte machen, ob das Wärmeprojekte sind, ob das der Kampf um die Mobilität ist, ob das erneuerbare Energien sind oder der Schutz unseres Trinkwassers. Danke für die tolle Zusammenarbeit. Und es geht natürlich weiter. Die Bundestagsabgeordneten, die Landtagsfraktionen der LAFO, Katharina und Janosch, danke dafür, weil nur zusammen können wir eben diese grünen Projekte auch umsetzen. Und warum tun wir das denn? Nicht, weil wir Grüne uns so toll finden. Nein, wir haben die Situation, dass in Rheinland-Pfalz der Klimawandel da ist. Wir sehen das im Wald und wir sehen das am Wasser. Wir haben 1,7 Grad mittlerweile in Rheinland-Pfalz überschritten. Und diese Woche gab es eine Studie, ich weiß ja nicht, wer die gelesen hat, dass der Klimawandel ein Treiber für die Inflation ist. Und Mitinitiator dieser Studie war die EZB, die schließlich nicht im Verdacht steht, eine grüne Vorfeldorganisation zu sein. Und das Ergebnis ist, 3,2 Prozentpunkte jährlich Kostensteigerungen für die Lebensmittel bis 2050. Die Schäden des Klimawandels sind sechsmal höher als die Vermeidungskosten zur Begrenzung der globalen Erderwärmung auf 2 Grad. Und trotzdem ist der konkrete Klimaschutz immer wieder schwierig. Aber, ich habe ja gesagt, ich will mal einen Blick auf die Erfolge werfen, wir haben die Bremsen gelockert. EEG, Solarpakete, ob auf Bundes- oder auf Landesebene. Wir haben Gesetze und Verordnungen gestrickt, um die erneuerbaren Energien zu erleichtern. Und es fängt an, Wirkung zu zeigen. Ich habe ja gesagt, wir haben 1.000 Megawatt letztes Jahr überschritten, das Ziel aus dem Koalitionsvertrag. Das ist vor allen Dingen die Photovoltaik, ja. Und wir haben auch im ersten Quartal 2024 mit 230 Megawatt schon wieder den Wert für das Rekordjahr 2023 überschritten. Und wir haben den Atomausstieg geschafft. Und trotzdem so wenig Kohlestrom, wie seit 1965 nicht mehr erzeugt. Und die CO2-Emissionen im Energiebereich sind gesunken, die Erneuerbaren sind auf dem Höchststand. Es ist also nicht das eingetreten, was viele befürchtet haben. Der Blackout, die Atomkraftwerke sind weg. Nein, das haben wir geschafft. Und was machen wir jetzt hier in Rheinland-Pfalz? Wir machen unsere kommunale Klimaoffensive. Das heißt, wir machen mit dem Kommunalen Klimapakt erst die Beratung der Kommunen und dann schütten wir viel, viel Geld aus. Ich muss es einfach nochmal sagen. 250 Millionen Euro Kipki und alleine Lahnstein erhält dafür 530.000 Euro. Wir haben, gestern war ich in Speyer, mittlerweile 125 Millionen Euro bereits beschieden. Und das Beste ist nicht, als Landesregierung durch die Gegend zu fahren und die Bescheide zu überreichen, wie manche uns ja unterstellen. Ich habe auch ein Elektroauto, ich mache mich frei von diesem Vorwurf, wie viel CO2 erzeugt das, das Beste an Kipki war doch, dass jeder Stadtrat, jede Kommunalverwaltung, jeder Gemeinderat endlich mal gezwungen war, über Klimaschutz nachzudenken und Klimaschutz auch umzusetzen. Und es gibt keine Ausreden mehr und wir sehen, die Niveaus sind sehr unterschiedlich. Und ich gucke mir das wirklich alles an, was da vor Ort auch gemacht wird. Und die Maßnahmen, die sind so vielfältig und ihr habt euch wirklich so viel Gedanken mitgemacht. Ich sage einfach mal ein paar Beispiele. Strom, Bilanzkreisläufe, energetische Sanierung, Heizungstausch, Fuhrparkumstellung, Photovoltaik mit Speichern, aber auch Mobilitätsstationen, Radverkehrsinfrastruktur, Kläranlagen. Es ist wirklich alles dabei, was man im kommunalen Klimaschutz jemals machen wollte und niemals Geld dafür hatte. Und jetzt ist es da. Der Gebäudesektor. Ich habe es schon gesagt, wir machen viele Heizungsveranstaltungen mittlerweile und das war wirklich furchtbar letztes Jahr. Die politische Debatte war furchtbar. Wir haben da auch Fehler gemacht. Aber der Einstieg ist gefunden. Klar ist, 2045 dürfen keine Heizungen mehr laufen, die fossile Brennstoffe verbrennen. Aber es ist zu viel Vertrauensverlust in der Politik gekommen. Und deswegen auch an euch nochmal, ladet uns ein, den Michael und mich. Da sitzt er. Wir machen überall Heizungsveranstaltungen und informieren. Es gibt so gute Fördermittel wie noch nie. Wirklich auch für den kleinen Geldbeutel. Und das müssen wir jetzt ins Land tragen. Keiner muss Angst haben, seine Heizung rausreißen zu müssen. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht. Und jetzt kommen wir zu dem Sektor, das ist ja schon angesprochen worden, der uns wirklich große Bauchschmerzen macht. Der Verkehrssektor. 12,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente hat er überzogen, die Ziele. Und statt über mögliche, völlig abwegige Fahrverbote Ängste zu verbreiten. Und ich kenne ja die Debatte über Fahrverbote damals noch aus Mainz, die Dieselfahrverbote. Statt über Fahrverbote zu reden, sollten wir konstruktive, mildere Mittel einsetzen. Und da gibt es ja Erfolge. Und ich möchte mal eines sagen, das Deutschland-Ticket. Und statt über Fahrverbote zu philosophieren, sollte doch Christian Lindner lieber mal die Mittel freigeben für die Übertragung von 23 auf 24. Und der Bund sollte auch endlich mal sagen, dass es weitergeht 2026 mit dem Deutschland-Ticket. Und dass es wirkt, nur mal ein kleines Beispiel. Wir haben endlich ein Job-Ticket bei der BASF und in Kombination dazu wird vor Ort auch mit Unterstützung des Landes der ÖPNV ausgebaut. Und ich möchte einfach mal dazu kommen, weil das auch viel zu sehr nicht gesehen wird. Wir haben in Rheinland-Pfalz mit den von Rot-Grün 2015 beschlossenen ÖPNV-Konzepten. Seit 2016, da hatten wir eine Million Kilometer Bus, die vom Land finanziert werden. Heute sind wir bei 33 Millionen Buskilometer in Rheinland-Pfalz. Und das sind nur die Landeslinien. Und beim Schienenverkehr das Gleiche von 38 Millionen 2018 auf 43 Millionen Kilometer. Das kann sich sehen lassen, auch wenn wir jetzt echte Herausforderungen haben. Schleswig-Holstein hat verkündet, Züge abzubestellen. Wir kämpfen darum, dass wir unseren ÖPNV in Rheinland-Pfalz in die Zukunft führen. Und den Schutz der Arten und Natur, da will ich nur ganz kurz was dazu sagen, weil das wird bestimmt Jutta gleich machen und ganz profund. Ich will nur eine kleine Sache sagen, wegen Zusammen geht es besser. Mich hat in den letzten Wochen wirklich umgetrieben und beschäftigt die Berichterstattung in der Zeit, in der über die angebliche Entfremdung zwischen den Umweltverbänden und den Grünen berichtet wurde. Und wer mich kennt, weiß auch, diesen Artikel schleppe ich fast jeden Tag mit mir rum und brüte darüber, wie man das wieder ändern kann oder was man tun kann. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir wirklich überall, wo wir sind, den Rücken gerade zu machen für unseren grünen Kern, den Arten- und Naturschutz. Weil ohne Artenvielfalt ist die Frage, ob wir auf diesem Planeten noch leben können, beantwortet. Wir werden es nicht können. Und deswegen bin ich auch richtig, schöne Grüße, heute ist 70. Geburtstag des NABU Rheinland-Pfalz. Schöne Grüße dorthin. Und ich möchte euch wirklich, wirklich appellieren, pflegt die Kontakte zu unseren Verbündeten in den Umweltverbänden, die auch für unsere Themen den Rücken gerade machen. Und deswegen freuen wir uns, dass ich auch ankündigen kann, dass wir im nächsten Monat endlich mal wieder hier im Norden in Rheinland-Pfalz mit einem wunderschönen Buchenwald ein großes Schutzgebiet werden auswirken können, was lange Jahre in Rheinland-Pfalz nicht mehr passiert ist. So, und dann muss ich, und das habe ich jetzt heute Morgen noch eingeschoben oder gestern, ich muss doch noch ein Thema ansprechen, was jetzt die letzten zwei Tage natürlich in Rheinland-Pfalz großes Thema war. Ich möchte das Thema Ahrtal ansprechen. Diese Woche hat die Koblenzer Staatsanwaltschaft erklärt, dass keine Anklage erhoben wird. Hinterbliebene wollen dagegen Beschwerde einlegen. Es steht uns nicht zu, die Arbeit der Staatsanwaltschaft zu bewerten. Die juristische und hier vor allen Dingen die strafrechtliche Aufarbeitung ist Sache der Justiz. Die politische Aufarbeitung der Flutkatastrophe geschieht im Untersuchungsausschuss und in der Enquete-Kommission. Der Abschlussbericht steht noch aus. Und ich verstehe natürlich klar, wie sehr diese Entscheidung die Region aufwühlt. Die Narben sind natürlich nicht verheilt. Und ich bin nach wie vor viel im Ahrtal unterwegs und fühle ehrlich wirklich mit den Leuten. Ich erlebe die Situation dort zwischen Erschöpfung, Trauer, aber auch die Aufbruchsstimmung, wenn wir zum Beispiel ein Wärmenetz in Betrieb nehmen, das Vorbildcharakter hat. Und im Umweltministerium richten wir den Blick nach vorne. Wir unterstützen die Region so gut wir können beim Wiederaufbau. Ich möchte einfach dazu nochmal ein paar Punkte sagen, was wir da machen. Wir bauen und machen Spatenstich jetzt im Mai für die modernste, hochwasserresiliente, energieautare Kläranlage. Das ist nicht immer ein Thema, was jeder so liebt wie ich, Kläranlagen. Aber wenn sie eben nicht mehr da sind, die Fragen der Entsorgung, dann merkt man erst, wie wichtig dieser klassische Kern der Umweltpolitik auch ist. Wir elektrifizieren die Ahrtalstrecke. Wir machen Nahwärmenetze. Aber wir machen natürlich auch die Gewässerwiederherstellung am Fluss. Und mit unserem Sieben-Punkte-Plan zur Verbesserung der Hochwasservorsorge haben wir bereits unsere Lehren gezogen und sind mitten in der Umsetzung. Wir testen in Rheinland-Pfalz erstmalig bundesweit drei mit Satelliten kommunizierende Pegel. Und wir haben die Sturzflutensimulation digital geschaffen. Und das zeigt einfach, dass wir in unserem Engagement für das Ahrtal, für das ganze Land, für die Hochwasservorsorge, auch auf der Umweltministerkonferenz, wo ich jetzt Vorsitzende sein darf dieses Jahr. Und natürlich werden wir dieses Thema dort auch spielen. Und wir werden die Umweltministerkonferenz im November auch im Ahrtal, in Bad Neuenahr-Ahrweiler, stattfinden lassen und den Kolleginnen und Kollegen dort eben auch zeigen, was die Flutkatastrophe angerichtet hat. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war jetzt zu meinem Haus. Wir haben aber natürlich auch Duftmarken und Akzente in anderen Bereichen setzen zu können. Und deswegen gilt mein Gruß von dieser Stelle natürlich auch an Katharina. Alles Gute! Und ich meine ja immer, Klimaschutz und Mobilität sind keine leichten Themen, aber ich bewundere Katharina und Janosch dafür, wie ruhig, besonnen und menschlich das Thema Fluchtaufnahme geregelt wurde. Und natürlich wurden die Mittel des Bundes weitergeleitet. Und es war auch eine große Leistung, 200 Millionen Euro Landesmittel im Jahr 2024 für die Kommunen nochmal zur Verfügung zu stellen, um eben Fluchtaufnahme und damit bedingt natürlich auch Integration menschlich gut stemmen zu können. Und Katharina und Janosch werden außerdem das Integrationskonzept des Landes weiterentwickeln, um hier eben auch nicht stehen zu können. Und neben dieser Herkulesaufgabe laufen hier auch ganz viele andere Themen, wie den Pakt gegen sexualisierte Gewalt oder das Selbstbestimmungsgesetz des Bundes hat auch von Rheinland-Pfalz aus seinen Anfang gemacht. Ihr seht also. Wir Grünen, zusammen sind wir stark. Wir stehen für den Planeten, für die offene und moderne Gesellschaft, in der jeder und jede so leben kann, wie es ihm oder ihr gefällt. In der Menschen, die aufgrund von Kriegen und anderen Katastrophen willkommen sind, in der respektvoll miteinander umgegangen wird, statt sich anzubrüllen oder auf Deportation zu drängen. Und dafür gehen wir jetzt raus mit erhobenem Kopf, aber eben auch der nötigen Empathie für die Sorgen der Menschen und streiten für den Schutz unseres Planeten und für unsere Kinder. Vielen Dank. Applaus Applaus Applaus